Ich spreng das mit C4, oder nicht? Ja, ich spreng das mit C4. Geil. Und dann bin ich tot. Verbindung schlechter. Ja, ich muss ja hosten. Nee. Weck den scheiß Lightning jetzt. Endlich. Hast du mir den jetzt nicht gelassen? Ging der mir auf den Sack. Nein, der hat mich jedem ein Leben gekostet. Habe ich C4. Schön auf den A4 C4. Die scheiß Lüge gibt es noch da. Können auch grad sprengen. Keine Nähe. Hey, da lesen wir welche. Da siehst du, da ist ein Sniper oder so. Fand ich jetzt Spawnpunkt E. Ich habe einen Sunderbar gefunden. Gut, dann komme ich zu dir. Und ganz viele Infanteristen auf den Weg treten. Hast du noch C4? Nee, ne? C4 habe ich noch, ja. Ja, gut, dann warte. Ich war auch C4. Ja, ich muss jetzt nur die Leute töten. Ja, oh, das wird die... Oh, meine, ich krieg nämlich ab. Einen habe ich. Den anderen habe ich auch. Gott, jetzt geht man. Ich bin so fünfmal gekillt. Na, jetzt müssen wir uns irgendwo in Deckung gehen, weil sonst machen die uns gleich die Schleswig-Holfe. Ich schieße mich nicht ab, wo du erschießt immer. Ja, geil! Diese Leute. Richtig geil, die Mitglieder. Wenn ich aber mit Flash fahren und einfach jemand überfahren ist. Ist richtig schwul. Ich habe nur einen 1C4, Markus, also ich brauche mindestens eins noch. Also zwei sind da unten übrigens. Das sind Spione. Egal, ich kann die gegnische Base an, dann kann die hier nichts mehr machen. Wir müssen hier sich zurückziehen, also blick. Dann mach die doch endlich weg, die Spione. Echt? Einen habe ich ein paar Mal gehadgett, der ist jetzt tot. Also, der hatte ich ihm mit dir. Nein, hat er nicht. Doch, du warst, der eine hat mit einem Ding auf dich gezielt. Ein Marketenwerfer? Ja. Also es war kein Lock-On. Ja, aber... Und mit einem normalen Händler mich nicht getroffen, wenn ich zigzag pflege. Okay. Also die Blitz rendiert sich schon mal, die ist richtig geil. Vor allem, wenn die Gegner einfach dumm in der Gegend dastehen bleiben, einfach. Du hast gerade den zweiten Kill gemacht, wahrscheinlich, oder dritten. 6. Hattest du aber noch 1,6, äh, 1,7? Ja, jetzt habe ich 6,7. Oh, oh, schau, eine Ablenkung wieder Futur. Ne, die sind einfach nur dumm in der Gegend. Ja, und haben alle auf mich geschossen. Sind zu viel auf mich geschossen und in den Himmel geguckt. Hattest, äh, keinem ist gar nicht im Luft, Alter. Doch, ich fliege gerade im Zickzack durch Bäume, das ist jetzt zu schwierig. Oh, auf Taken? Äh, ja. Ja, ich sehe sie. Weil die Jagd ein bisschen. Jagd dich? Ja, ein bisschen, ja, ja. Ne, das hilft mich ein bisschen. Markus, du wüsst'n du. Ich bin Gegner gewesen. Man will die fucking besser nehmen, aber wenn die Skype mich nicht ab... Oh, da ist ein Sonder. Hänger an der Sonderland. Hänger an der Sonderland, Alter, ohne Witz. Was'n los? Okay, ich krieg die Skype aber auch nicht. Alter, da kommt gleich wieder ein Sonderland auf der Gegend von der Gegend schon in die Base. Hast echt, wo? Äh. Markier mal, wenn du kannst. Wenn du kannst. Ich weiß nicht, wo. Markier die Sau. Die hingefahren ist, ich weiß nur, dass die unter den Tunnel da gefahren ist. Nein, Spion ist hier auch. Und Sven ist abgestürzt. Nein, er ist gelandet und hat euch ins Bauenbecken gestellt, aber fast das Gleiche. Ganz viele Spionen, battlen, babbeln. Ja, lass dir doch babbeln. Ey, Hossin, bei Nacht ist so scheiße zu fliegen, du siehst einfach nicht, was am Boden unten passiert. Oh, Mann, warum musst du dich bewegen, du Arsch? Ich bin für dich. Markus, wo bist du? Ich bin bei der indischen Base an dem Gradienabrug da. Naja, ich seh's gerade, aber ich brauch dich hier hüben, bei mir. Hier hüben? Komm halt so an, ist ja viel leichter. Ist ja leichter. Viel leichter. Du lagerst. Bullshit. Harry unter der Base, Sven. Ja, unter der Base ist geil. Er muss halt zu viel fliegen. Ja, bei Hossin flach fliegen ist es. Mal kurz, was ist? Yes. Rede doch was. Ja, wenn ich gerade abgeballt werde und ich gerade kämpfe und ich den getötet habe, dann will ich mich nicht reden. Hab ich was anderes zu tun. Ah, Darksau habe ich irgendwie schon fünfmal gekillt oder so. Was, sieben. Achtung, ich spreng das mit C4. Mach ihn auch nicht. Ich spreng das mit C4, oder nicht? Ja, ich spreng das mit C4, geil. Dann bin ich tot. Hast du ihn? Ja, ich habe Hörer Sack. Äh, ist ein La- Äh, wie heißen die fliegende Dinger da? Ufos. Nein, Skites über uns. Skites. Ja, dann geh ins Haus, weil die sind böse. Das ist wahrscheinlich immer noch diese Lappen-Sky, die die ganze Zeit von mir wegfliegt. Du bist tot. Ah, A.2-Footor. Ja. Ich will jetzt endlich mit dem Flugzeug was reißen, aber hier ist einfach zu wenig los, als dass man was reißen kann. Du schaust. Nein, ich warte nicht, ich sterbe. Gut, dann warte ich auf dich. Kannst Botbeacon benutzen. Ja, es sind zwei, ein Level 100er auf jeden Fall. Ich glaube, die sind schon tot oder zumindest die meisten. Ja, weil drei von uns da sind. Das ist eines Guide, die bewacht, trotzdem noch einen Punkt auch. Natürlich. Ja, ich komme jetzt auch zu der Guide und versuche die zu rapen. Gut, beschäftigt die mal. Oh, 2000 Meter aber, ne? Ah, Battlejuice, Alter. Battlejuice. Keine Chance. So ein bisschen Kampfsaft. Was, wer, wo? Auf der anderen Seite des Saarpunktes, wo du bist. Es sind drei Leute oder zwei. Ja, die sind leider, das ist der, wo ich mich auch eben auch schon gekillt hat. Duten. Ach, so schweil. Was der Duten da war. Feindlicher Transporter-Gesicht. Komm schon, jetzt muss ich auch endlich mal was reißen hier. Tja, solltest du mal. Echt so. Wir verlieren, Mann. Yes, harasser kill, bitches. Verlieren. Kill lieber Duten. Markus, warte auf mich, wir gehen von hinten ran. Wir verlieren übrigens unsere Base, ihr könnt ja eh nicht mehr cappen. Wie können wir die Base da verlieren? Ah, andere Base. Ah, schon, wird auch verteidigt. Ja, das Heimer läuft für uns, aber einen Punkt haben die Gegner noch. Wurde ich mit einer anderen Seite, ne? Ja, ich bin tot. Scheiße, Mann, bin ich schlecht. Ja. So, wo sind die jetzt? Ja, genau. In A. In A. In A. Ja, in A. Oh Mann, natürlich mit ihren Scheiß-Bettelschußen. Mach ich jetzt schon wieder ab. Scheiße, ne Bettelschuße. Ja, wahrscheinlich. Markus, ich brauch dich. What the, um, Spotpick ist einer. Jo. Habe ihn. Hast du die Aktion gesehen? Nee. Bin von oben einfach mit Raketen auf ihn draufgesprungen, ausgestiegen und hab ihn mit der Blitz abgeschossen. So. Sandy ist verteidigt. War grad schön, ich hab das Bomb-Wing-Gesaved damit übrigens. Kut. Ich weiß. Aber der wird wiederkommen. Markus, links, links, links. Oh! Vorsicht. Deckung. Ach. Hast du ihn? Nein. Ich. Ah. Ich bin gut. Bis zum nächsten Mal.